Wir sind wahnsinnig glücklich über die zwei Punkte heute. Ich glaube, es war ein hartes Stück Arbeit aus der Halbzeit. Wir haben uns ein kleines Polster erarbeitet, aber irgendwie waren die Minden auch nicht nur zum Spaß hier. Die haben wahnsinnig gekämpft und zwischenzeitlich hatten wir so ein bisschen unsere Probleme. Aber die zweite Halbzeit, glaube ich, war dann vor allem defensiv sehr dominant. Wir haben unsere Hilfeleistung immer wieder hinbekommen und sind so zu einfachen Ton bekommen. Ich glaube, insgesamt geht so der Sieg auch völlig in Ordnung. Die Zuschauer waren natürlich sehr wichtig heute, er pusht uns jedes Spiel voran. Stimmen wir mal exzellent, das wir brauchen und ich freue mich auf noch mehr Zuschauer.